Mein Name ist Adrian Hadon, ich arbeite als Flughelfer bei Heli Suisse International. Wir arbeiten immer bei Wind und Wetter draussen. Bei diesem kalten Wetter trage ich die Vittoria-Jacke von Heli Hansen. Sie ist atmungsaktiv, hat einen wasserdichten Reissverschluss. Und auch die Leuchtstreifen auf der Seite, damit die Sicherheit gewährleistet ist.